Es gibt neue Informationen zum Anzeigenhauptmeister. Ihr kennt ihn alle, der Mann, der Falschparker zur Strecke bringen will. Jetzt beklagen sich die ersten Gemeinden und sagen, der bringt uns kein Geld, der bringt uns nur Ärger und erzeugt eine Menge Arbeit. Außerdem soll er Notrufe bei der Feuerwehr abgesetzt haben, die dann nur dazu führen, dass kleine Stöckchen aufgesammelt werden. Wir schauen uns mal an, was jetzt die versammelten Journalisten noch alles rausgefunden haben über den Anzeigenhauptmeister und ob der sich möglicherweise durch seine Aktionen selbst strafbar gemacht hat. Bleibt dran! Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und ich danke euch für zahlreiche Abos, eine Million an der Zahl. Herzlichen Dank für jeden von euch, der das Abo-Knöpfchen in letzter Zeit gedrückt hat und auch schon vor Jahren gedrückt hat, denn das sind ja eine ganze Menge. Niklas Matthei heißt der 18-Jährige aus Sachsen-Anhalt, der sich selbst den Anzeigenhauptmeister kennen. Ihr kennt ihn alle. Als Privatperson tourt er mit dem Fahrrad durch Deutschland und zeigt Falschparker an. Die Hobbypetze bringt es auf 4000 Anzeigen pro Jahr und immerhin auf 4 Millionen Views auf den Bericht von Spiegel TV. Den seht ihr hier. Also 4 Millionen Aufrufe. Das ist auch für YouTube Deutschland eine ganze Menge. Deswegen haben jetzt auch Streaming-Größen wie Montana Black oder Revi auf ihn reagiert und jeder hat so seine Sichtweise auf den Anzeigenhauptmeister und sein kurioses Hobby. Ein Lager sagt, ja ist doch gut, er bietet den Falschparkern die Stirn hier zum Beispiel. Finde ich gut, wenn man sich richtig verhält, dann hat man ja auch nichts vor dem Anzeigenhauptmeister zu befürchten. Wenn man sich falsch verhält, dann wird man halt bestraft. Passiert das so oft, dass Geh- oder Fahrradwege zugeparkt sind, obwohl ein Parkplatz direkt gegenüber ist. Anderes Lager macht sich eher lustig über den Anzeigenhauptmeister und sagt, der Junge löst Amthor, also Philipp Amthor von der CDU ist gemeint, als jüngster Rentner Deutschlands ab. Aber da sind die Meinungen jetzt komplett gespalten. Dem zweiten Camp hier, denjenigen, die sich eher lustig machen, scheint auch Montana Black anzugehören. Und er reagiert auf die Situation, in der der Anzeigenhauptmeister einen Anwalt zur Strecke bringt, der mal ganz kurz falsch parkt. Und da schauen wir mal, was Monte zum Anzeigenhauptmeister hier zu sagen hatte. Aber hier wird niemandem geschadet. Hier hast du drei Meter, dreieinhalb Meter Platz für Fußgänger und Fahrrad. Und ja, es ist vielleicht... Also da seht ihr den Falschparker links, da seht ihr rechts den Anzeigenhauptmeister mit seinem berühmt-berüchtigen Polizifieh-Fahrrad. Und da sagt Monte, kann doch nicht sein, dass man da jetzt Ärger macht. Rein gesetzlich nicht erlaubt. Aber es ist halt einfach unfassbar peinlich, Leute, die einfach nur ihrer Arbeit nachgehen. Und hier mal kurz parken, denen das Leben schwer zu machen ist. Dein Leben muss da unfassbar traurig sein. Also okay, das ist typisch Monte, ja, er lässt seinen Gefühlen freien Lauf, wenn die sich mal in Buxtehude treffen würden. Der Anzeigenhauptmeister in seiner knallgelben Kleidung, wie er hier, oder in der orangenen Kleidung und Monte in seinem grünen Lambo, das wäre bestimmt ganz schön lustig. Und übrigens, wenn es euch mal erwischt hat vom Anzeigenhauptmeister und ihr eine Anzeige bekommen habt, ja, dann ist vielleicht unser heutiger Werbepartner genau das Richtige für euch. Es ist Clark, die Versicherungsvergleichs-App. Und ja, ihr braucht vielleicht eine Rechtsschutzversicherung, wenn der Anzeigenhauptmeister euch drankriegt. Und ob ihr die ideale Versicherung habt, das könnt ihr im Ernstfall mit Clark natürlich jederzeit ermitteln und so schnelle anwaltliche Hilfe bekommen mit der passenden Rechtsschutzversicherung. Clark sorgt für Überblick über eure Versicherungen, überprüft regelmäßig, ob ihr die idealen Versicherungen habt und schlägt euch bessere, günstigere Versicherungsalternativen vor. Die könnt ihr annehmen oder ablehnen, so habt ihr immer die volle Kontrolle über euren Versicherungsschutz. Es ist auch so, dass Clark euch hilft, Geld zu sparen, aber wichtiger Hinweis, Clark tritt für euch als Versicherungsmakler auf. Also wenn ihr schon Versicherungsmakler habt aus früheren Zeiten, dann müsstet ihr darüber euch beim Klaren sein, dass Clark euer neuer Versicherungsmakler wird. Das muss man einfach im Kopf behalten, wenn man da einen hat, einen guten Kumpel oder so, dann ist das vielleicht auch nichts für euch mit Clark. Praktische Tipps von Clark, die könnt ihr befolgen, müsst ihr natürlich nicht befolgen. Und ja, dann ist es natürlich so, wenn ihr auf Clark steht, dann habe ich hier selbstverständlich was für euch. Ihr müsst einfach nur den QR-Code abscannen oder den Link in der Videobeschreibung anklicken. Und mit dem Code WBS34 bekommt ihr für jede hochgeladene Versicherung 15 Euro von Clark, ein Gutschein dafür Amazon, Ikea oder Douglas bis 45 Euro insgesamt. Und ihr unterstützt natürlich auch diesen Kanal hier für die täglichen Rechts-Updates und macht es vielleicht dem Anzeigenhauptmeister noch ein bisschen schwerer, als er es jetzt eh hat, weil er ja auch echt eine ganze Menge Bekanntschaft erreicht hat durch diese Spiegel-Reportage. Und ja, es werden viele Fragen einfach aufgeworfen und die häufigste, stimmt das alles wirklich? Hat er wirklich so viele Menschen angezeigt, wie er behauptet? Ja, werfen wir einfach da nochmal einen kleinen Blick ins Video, was dort gesagt worden ist. Ich war letztes Jahr in 84 Städten und Gemeinden in Deutschland und ich habe insgesamt für alle Städte und Gemeinden, wo ich war, 140.945 Euro erwirtschaftet. Ja, und das hat eine Menge Geld mit 4.247 Anzeigen. Also 140.000 Euro, sagt er, mit 4.000 Anzeigen. Wirklich eine beachtliche Zahl und das Interessante ist, ein Großteil seiner Anzeigen stammt aus seiner eigenen Gemeinde. Das sagt er hier. Wir überprüfen gleich mal, ob das alles so sein kann, was hier gesagt wird. Niklas reine Routine, denn allein in der 11.000 Einwohnerstadt hat er rechnerisch schon rund 8% der Bevölkerung angeschwärzt. Also 8% der Bevölkerung, seine Gemeinde, die hat 11.000 Einwohner, 8%. Das sind rund 880 Mitbürger. Und da gucken wir mal, ob dann eben rund 900 Bußgeldbescheide entsprechend durch ihn rausgegangen sind in seiner Gemeinde. Und niemand Geringeres als der Bürgermeister seiner Gemeinde, das ist Gräfenhainichen, hat sich jetzt gemeldet. Und zwar mit einem ziemlich deutlichen Dokument. Da gab es eben eine Frage an den Bürgermeister und es wurde gefragt, wie viele Menschen sind denn überhaupt angezeigt worden in Gräfenhainichen. Das gucken wir uns jetzt hier mal genauer an. Also ich habe es hier mal rot umrandet. Also es gab Anzeigen durch private Personen im letzten Jahr 889. Wenn das wirklich so viele wären, wie der Anzeigenhauptgemeister sagt und er hat da 880 von, dann sind die fast alle von ihm. Also insofern, das könnte ja alles nochmal passen. Aber jetzt wird es spannend. Eingeleitete Verfahren im Jahr 2023, 22, mickrige 22 Verfahren. Und statt 32.000 Euro Ordnungsgelder sind damit maximal, sagen wir 357 Euro in die Stadtkasse erwirtschaftet worden. Dann sieht man nämlich hier unten insgesamt wurden im Jahr 2023 aufgrund der ergangenen Anzeigen in den vorbenannten 10 Fällen Verwahngelder in Gesamthöhe von, also Verwahngelder sieht man hier 10 Fälle überhaupt nur, von 357 Euro erhoben. Etwas resultierender Eintragung im Vereignungsregister hat es keine gegeben. Mit anderen Worten kann man hier sicherlich sagen, außer Spesen nichts gewesen. Statt der 32.000 Euro für seine Heimatgemeinde hat der Anzeigenhauptmeister mal mickrige 357 Euro erwirtschaftet. Ja, und das ist gerade mal nur ungefähr ein Prozent von dem, was er behauptet hat. Und der Bürgermeister, der geht sogar noch einen ganzen Tacken weiter. Er geht weiter und sagt in der Bild-Zeitung, der Bürgermeister will Anzeigenflut von Niklas stoppen. Und solchen Unfug kann man nicht dulden. Das heißt, er ist genau dagegen, hält das für Unfug, sagt 32.000 Euro. Schön wäre es, wenn ich so viel in meinem kleinen Stadtsäckel hätte. Nee, nur wenige Anzeigen haben Erfolg. 99,9 Prozent der Anzeigen haben nicht die Qualität, dass sie gerichtsfest bearbeitet werden könnten. Vielleicht bei einer Handvoll Anzeigen kommt was dabei raus, sagt der Bürgermeister. Also insofern, da muss man sagen, hier ist kein Fußballstadion drin für die Stadt, sondern gar nichts kommt darüber, außer Spesen nichts gewesen. Man müsste ja jetzt mal sagen, vielleicht sollte der Anzeigenhauptmeister mehr auf Qualität stehen als auf Quantität. Denn so bringt er nicht nur die Mitbürger auf die Palme, den Bürgermeister auf die Palme, sorgt selbst noch für unwahrscheinlich Arbeit. Und letztlich ist das ja alles teurer. Für 357 Euro kann eine Gemeinde ja nicht ernsthaft 880 Anzeigen bearbeiten. Das ist ja ein dickes Minusgeschäft für die Gemeinde. Also da muss man sagen, große Kritik vom Bürgermeister für den Anzeigenhauptmeister. Und wir schauen uns gleich mal an, ob sich der Anzeigenhauptmeister dann auch strafbar macht, wegen seiner ganzen Anzeigen, die am Ende nichts bringen, wegen dieser Flut an Anzeigen. Was aber für euch was bringt, ist mal zu checken, ob ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid. Ich mache ja schon eine ganze Weile hier darauf aufmerksam, dass Millionen Deutsche vom Facebook-Datenleck betroffen sind und dass man bis zu 1000 Euro pro Meter dafür bekommen kann. Aber jetzt droht die Verjährung. Deswegen solltet ihr das bis zum Ende des Jahres unbedingt mal checken, ob ihr eine Chance auf Schadenersatz habt. Das geht ganz einfach über den QR-Code. Kommt ihr eben auf unsere Checker-Seite, da gebt ihr eben eure Mobilfunknummer ein und wir sagen euch dann, ob ihr betroffen seid. Geht also wirklich sehr, sehr flott. Bis zum Ende des Jahres kann man sich da der ganzen Sache noch anschließen. Wir machen in jedem Fall erstmal 1000 Euro gelten. Wie viel es am Ende gibt, muss man schauen. Das ist unterschiedlich, aber wir versuchen das Maximum für euch rauszuschlagen und haben da auch schon einige Urteile erreichen können. An Betracht der Ausbeute kann man natürlich auch Argumente dafür versuchen zu finden, dem Anzeigenhauptmeister sein Verhalten zu verbieten. Und ein Paragraf, der hier immer wieder genannt wird, ist die falsche Verdächtigung. Da geht es darum, dass man bei einer Behörde oder einem zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Amtsträger wieder besseren Wissens rechtswidrige Taten entsprechend anzeigt. Da muss man mit einer Freiheitsstrafe möglicherweise rechnen, beziehungsweise hier unten. Ebenso wird bestraft, wer in der gleichen Absicht bei einer Stelle oder öffentlich über einen anderen wie der besseren Wissens einer sonst überhaupt tatsächlichen Art aufstellt, die geeignet ist, ein behördliches Verfahren gegen ihn herbeizuführen. Der Absatz bezieht sich anders als der erste Absatz, der sich nur auf Straftaten bezieht, bezieht sich der zweite Absatz auch auf Ordnungswidrigkeiten. Also kann es wirklich sein, dass der Anzeigenhauptmeister hier Leute einfach so anpöbelt und verpetzt und weiß, dass die nichts gemacht haben? Also er sie quasi zu Unrecht ärgern möchte oder aktiv einfach nur die Behörden belasten möchte? Da glaube ich, das ist nicht so. Ich glaube, der Anzeigenhauptmeister meint wirklich, dass er Parkverstößen nachgeht, dass die Behörden dann nur wenigen Parkverstößen nachgehen. Und ja, kann er ja nichts zu, dass die Qualität seiner Anzeigen nicht ausreicht, kann er vielleicht auch nichts zu. Also sollte er vielleicht mal mit dem Bürgermeister sprechen, wie er die Qualität verbessern kann und dann eben auf Qualität statt auf Quantität setzt. Aber man kann ihm da jetzt nicht eine falsche Verdächtigung im Sinne einer Straftat von § 164 Absatz 2 Strafgesetzbuch vorwerfen. Das ist ungefähr so, wenn ich eine Sachbeschädigung sehe oder sehe, wie jemand zehn Autos kaputt macht und ich melde das und der wird aber dann nicht dafür verurteilt, kann das auch nicht mein Problem sein. Ich kann diese Anzeigen bei einer Straftat ja auch genauso erstatten. Nur weil ich besonders häufig verstöße, meine gesehen zu haben, darf ich auch besonders häufig dann eben entsprechend Anzeigen erstatten. Ja, solange er die Nichtfälle anzeigt, von denen er 100% weiß, dass da kein Verstoß ist, also wie der besseren Wissens das Ganze anzeigt, macht er sich selbst auch nicht strafbar. Ja, also auch da unbedingt darauf achten, wenn man jemanden anzeigt und weiß, da ist gar nichts dran, ja, dann besser die Finger davon lassen. Vielleicht kurzer Hinweis, wenn ihr Fachanwalt für Arbeitsrecht seid und noch einen Job sucht, dann hätte ich da was im Angebot. Bewerbt euch gerne bei uns, vielleicht kennt ihr aber auch Freunde, die Fachanwälte für Arbeitsrecht sind. Und unten seht ihr, was euch erwartet in unserem Job, den wir zu vergeben haben. Abgesehen von den Anzeigen macht der Hauptmeister aber noch auf andere Weise Ärger. Das ist hier bei Twitter ersichtlich. Neues vom Anzeigenhauptmeister muss man sich mal geben, wegen was der einfach die Polizei ruft. Notruf gewählt, weil sein Nachbar Staub saugte. Also auch da hat er ein dickes Melderegister, das hat die Bild-Zeitung eben rausgefunden, dass Matthei auch noch wegen eines angeblichen Astes bei der Feuerwehr angerufen hat. Das war aber nur ein kleiner Zweig. Also auch das war der, also wegen eines Staubsauger-Anrufs oder wegen eines Astes eben, der einfach auf der Straße lag, ja, rief die Polizei, weil der Nachbar Staub saugte, sagen die hier. Oder, ja, Notruf, da hat man hier einfach nur einen kleinen Ast, der auf der Straße lag, ja. Also Ruhestörungen hier, Feuerwehren gerufen und, und, und. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn man sowas macht, ist das nicht ein Missbrauch von Notrufen, ja. Und Beeinträchtigung von Unfall-, Verhütungs- und Nothilfemitteln, das weiß der eine oder andere. Manchmal wird ja schon mal in den Schulen so ein Mist gebaut, dass man einfach Notrufknopf drückt, was natürlich echt eine Straftat einfach ist, ja, Missbrauch von Notrufen. Und macht das da nicht auch der Anzeigenhauptmeister 145 Strafgesetzbuch? Da geht es natürlich darum, gut, wenn man ja jetzt wissentlich wiederum Leute anzeigt und weiß, da ist nichts dran, ja, dann ist genau da ein Missbrauch von Notrufen gegeben. Aber, dass man Staubsaugerlärm am Nachmittag bei der Polizei anzeigt oder, ja, auf einer Grillparty eine massive Störung meldet, weil jemand ein Kofferradio hat, ja gut, geht schon so ein bisschen in die Richtung, kann man sagen, dass diese Einsatzkräfte unnötig herbeigerufen werden. Wahrscheinlich ist es noch keine Straftat, aber, und da kann es dann teuer werden für den Anzeigenhauptmeister, man könnte ihm die Gebühren für den Notrufeinsatz auferlegen, wenn man sagt, hier sind Einsatzkräfte unnötig herbeigerufen worden. Das geben die Gebührenordnungen der einzelnen Bundesländer her, immer dann, wenn für einen Notruf kein Anlass bestand. Das muss dann auch kein Missbrauch von Notrufen sein, nach 145 Strafgesetzbuch, kann man ihm aber trotzdem bei einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Tat die Gebühren auferlegen. Und wenn ich höre, er hat die Feuerwehr gerufen, weil da ein Ast auf der Straße lag, den man auch mal eben hätte wegnehmen können, dann, sage ich mal, ist man schon dabei, dass man so einen Feuerwehreinsatz möglicherweise auch bezahlen muss. Aber, wovon könnte Matthai das bezahlen? Er hat einen neuen Job angeboten bekommen. Trotz seiner schlechten Quoten hat Matthais diesen Job von einem Anwalt aus Köln angeboten bekommen? Nee, bin nicht ich. Er wird also jetzt nicht bald in meinen YouTube-Videos neben mir sitzen, sondern der Kölner Express sagt, Kölner Anwalt engagiert 18-jährigen Anzeigenhauptmeister. Warum ist er engagiert worden? Ja, weil er gut ist. Weil er gut ist und weil er viele Anzeigen erstattet hat. Hat der Kölner Anwalt Oliver Lüskens ihn engagiert auf Minijob-Basis. Warum? Er soll über die App Falschparkermelden.de künftig Falschparkermelden. Weil er so gut ist, soll er künftig hier Falschparkermelden. Jetzt muss man aber eins sagen, Falschparkermelden hat einen bisschen anderen Ansatz. Da geht es darum, dass Privatleute immer eine zugeparkte Einfahrt haben oder Gewerbetreibende, die beispielsweise ein Restaurant betreiben, immer wieder die Parkplätze dort voll sind. Und ja, man muss es sagen, es ist natürlich auch ein bisschen ein Marketing-Gag, dass der jetzt auf 500-Euro-Basis bei Falschparkermelden beschäftigt wird. Aber ich fand es irgendwie witzig. Und für euch vielleicht der Hinweis, das ist manchmal so, dass ihr auf privaten Parkplätzen parkt und dann ein dickes Schild stand, hier darf man nicht parken, sonst wird eine Vertragsstrafe fällig von 30 Euro. Und wenn das groß genug dort war, das Schild, dann kann das auch wirklich sein, dass dann die 30 Euro fällig werden. Plus noch Anwaltskosten, plus noch eine Vertragsstrafe, wenn ihr es nochmal macht und, und, und. Also das kann teuer werden. Hat der eine oder andere von euch vielleicht schon mal erlebt, dass man dort auf Privatparkplätzen auch dran gekriegt werden kann und Falschparkermelden macht so etwas. Die berufen sich auf den Paragrafen 862 Bürgerliches Gesetzbuch, wer das mal gesehen haben will. Da geht es um eine sogenannte Besitzstörung. Also jemand parkt auf meinem Parkplatz und dann nimmt er mir meinen Besitz weg. Im Extremfall kann man sogar die Abschleppkosten von demjenigen dort verlangen. Und künftig soll der Anzeigenhauptmeister das machen. Bin ich mal gespannt, wenn ich den hier in Köln treffe. Ich werde den auf jeden Fall interviewen, wenn ihr dabei sein wollt. Ja, lasst ein Abo für diesen Kanal da. Der wird uns bestimmt sowieso noch viel Freude bereiten. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, was ist mein Fazit? Auch wenn der Anzeigenhauptmeister lange nicht so effektiv ist, wie er gerne wäre, macht er sich vermutlich erstmal nicht strafbar. Aber er macht den Behörden eine Menge Ärger. Und es könnte sein, dass er so Polizeieinsatzkosten in Zukunft mal zu erstatten hätte. Ja, und wem Recht und Ordnung wirklich wichtig ist, der lässt einfach Polizei und Feuerwehr in Ruhe, meine ich jedenfalls, damit sie ihre wirklich wichtige Arbeit machen können. Schauen wir mal, was der in Zukunft noch so alles auf Lager hat. Ich werde es jedenfalls hier auf diesem Kanal weiter beobachten. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch noch mit von der Partie seid und dabei seid. Bis dahin gibt es erstmal noch zwei Videos von mir für euch. Danke, dass ich heute euer Gastgeber sein durfte. Tschüss und bis zum nächsten Mal.